Servus meine Lieben, es gibt einen neuen Termin für den Livestream von RAW zu RAW. Genau genommen habe ich den Termin auch verschoben und zwar auf den 9. Oktober um 19 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Das Thema ist wie immer offen und du kannst eins deiner Lieblingsbilder einsenden. Du kannst aber auch gerne ein Bild einsenden, bei dem du jetzt nicht so zufrieden bist. Und wir schauen mal gemeinsam, ob man in der Bearbeitung vielleicht noch was rausholen kann. So oder so freue ich mich auf einen tollen Fotografieabend. Macht es euch gemütlich, lasst euch einen Tee raus. Wahrscheinlich ist es dann schon dunkel und kalt, wie es halt im Herbst so ist. Aber das macht nichts. Gerade dann macht es vielleicht noch mehr Spaß, gemeinsam abends mal beisammen zu sitzen und sich über Fotografie auszutauschen. Und natürlich darfst du auch gerne Leute einladen. Wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, der vielleicht noch keine Ahnung hat von Bildbearbeitung oder vielleicht einfach mal ein bisschen was mitnehmen möchte in der Richtung, lad gerne Leute ein und ich freue mich, wenn du dabei bist. 9. Oktober, 19 Uhr auf YouTube, auf meinem Kanal. Bilder sendest du bitte wie immer einfach per WeTransfer ein an meine E-Mail-Adresse. Die habe ich dir hier eingeblendet. Und ja, einfach Drag & Drop reinziehen und dann landet es bei mir. Und wir können es im Livestream gemeinsam besprechen und bearbeiten. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald und tschüss. Bis bald, bis bald, bis bald, bis bald, bis bald.